Hi, mein Name ist Fred von Akai und ich bin heute hier im Music Store, um euch ein bisschen was über die MPC One zu erzählen, die zwar jetzt schon eine ganze Weile da ist, aber durch das neue Update auch noch mal eine ganz interessante Geschichte geworden ist, vor allen Dingen bei Größe und Preis. Wir fangen einfach direkt mal an und gehen direkt mal auf das Gerät los. Wir haben hier ein sehr sehr kompaktes Standalone-Gerät, also eine Workstation, mit der ich mehr kann als einfach nur samplen. Denn seit geraumer Zeit hat man auch noch ein paar sehr gut klingende Software-Synthesizer, die darauf vorinstalliert sind, wie zum Beispiel Electric oder dem TubeSynth. Und das macht das ganze Ding schon zu einer sehr sehr vollwertigen Box, mit der man eben eine ganze Menge machen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich die meisten Leute stellen, weil über die MPC X und die MPC Live haben wir uns schon tausend mal unterhalten im Endeffekt. Warum jetzt die MPC One? Also was ist das für ein Gerät und warum ist das jetzt da? Naja, das Gerät, das zielt glaube ich ab auf die Leute, die zwar eine MPC im Studio haben wollen, aber eigentlich schon recht großes Outboard haben und beziehungsweise auch schon eine große Soundkarte haben und diese ganzen Anschlüsse eigentlich gar nicht brauchen und auch gar nicht mehr so viel Platz im Studio haben. Die benutzen das Gerät dann wahrscheinlich auch schon häufiger mal mit Rewire oder ähnlichen Sachen, um das ins eigene Studio-Bild quasi mit einzuarbeiten. Dann gibt es direkt auch mehrere Vorteile von dem Gerät. Erstens die Größe. Das Gerät ist super kompakt. Die Pads sind etwas kleiner, aber super taktil. Die fühlen sich tatsächlich gerade, für mich auch als Finger-Drummer, ich kann es mir eben gleich vorzeigen, extrem gut an. Das ist... Obwohl die so klein sind, sind die halt sehr sehr griffig und man trifft die eigentlich sehr gut. Und vor allen Dingen spreadet man beim Finger-Drum auch die Hand nicht so sehr, sondern man hat alles ein bisschen näher beieinander, aber eben auch nicht so friemelig wie bei einem Launchpad oder bei einer Push. Das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Format, das im Studio immer irgendwie einen Platz findet. Und das nächste, was passiert ist zur Live 1, ist diese Sektion hier. Die gab es bei der Live, die ja so ein bisschen im Preissegment zwischen der X und der MPC One liegt. Da gab es halt quasi keine Bedienfelder oder Bedienknöpfe und hier ist alles so ergonomisch eingerichtet, dass ich mit meiner Hand eigentlich hier fast überall rankomme, sodass ich damit wirklich schon fast so arbeiten kann. Das macht das natürlich für einen Studio-Workflow extrem, extrem praktisch. Und ja, bei des Weiteren haben wir dennoch eigentlich eine ganz gute Auswahl an Anschlüssen, wenn auch nicht so viele. Das Wichtigste in dem Fall sind, denke ich, für die Leute, die schon ein ganz gutes Outboard haben, hier hinten die CV-Gate-Anschlüsse. Da haben wir ganze vier Stück von und gerade, wenn man ein bisschen Outboard hat, ist das sicherlich interessant. Hinzu kommen hier ein USB-Anschluss, mit dem man USB-Midi rausgehen kann. Übrigens auch mit USB-Hubs arbeiten kann. Das heißt, wenn ich hier ein USB-Hub anschließe und dann mein Outboard anschließe, dann kann ich bis zu 32 Geräte da dran schließen. Nur über USB-Midi und das ist schon eine beachtliche Menge. Darunter zum Beispiel dann auch wieder, es gibt auch noch mal so USB-Adapter, sodass man von USB-Midi quasi auf MIDI rausgehen kann. Da hat man wieder zwei neue Schnittstellen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr umfangreich. Des Weiteren habe ich hier vier Outputs. Ach, Quatsch! Zwei Outputs und zwei Inputs, aber ich habe auch noch zusätzlich hier vorne ein Phones-Output. Ich drehe mal kurz, damit der Kollege auch draufhören kann. So. Das macht das Ganze schon zu einem ziemlich vollwertigen Gerät. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass alles, was hier dran ist, eigentlich eher zum Steuern ist. Auch noch mit den großen MIDI-outs und so weiter. Also das Gerät ist nicht so wie die MPC-X als Studioherz gedacht, sondern eher als Studiohirn, bei dem ich von da aus alle meine Geräte, die ich so im Outboard habe, steuern kann. Des Weiteren habe ich eine Sache nicht und zwar einen Akku. Da werden natürlich viele Leute sagen, naja, aber das ist ja das Ding so von der Live. Ja, richtig, das ist das Ding von der Live. Und hier ist es eher gedacht, glaube ich, als weniger portable Lösung, eigentlich mehr als platzsparende Lösung für eine feste Installation im Studio. Und da ist dann auch schon der Sinn und Zweck von dem Gerät. Denn für den Preis, den der Kollege sicherlich hier einblendet, bekommt man sicherlich kein Standalone-Gerät in der Qualität. Dazu muss ich auch wieder direkt sagen, man kann alles damit machen, was man mit einer MPC-X oder einer MPC-Live auch machen kann. Das heißt, ich bin da nicht eingeschränkt in irgendeiner Form. Es läuft dieselbe Software. Im Endeffekt, soweit ich weiß, ist auch der Chip kein anderer. Das heißt, ich kann keine Festplatte einbauen. Okay, in Ordnung. Ich kann keine Festplatte einbauen, aber dafür kann ich SD-Karten nutzen. Machen auch sehr viele Leute, ist auch sehr, sehr praktisch. Oder externe Festplatten kann ich natürlich auch anschließen, das geht. Aber dann ist der USB-Port gut. Von daher, wenn hier Standalone gearbeitet wird, dann wahrscheinlich mit einer SD-Karte. Dennoch, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Denn man hat hier ein wirklich vollwertiges Gerät zu einem sehr stabilen Preis, mit einer sehr hohen Qualität und einer sehr, sehr guten Bedienung für sein komplettes Outboard. Wo wir dann beim 2.8 Update werden. Das MPC 2.8 Update ist sehr, sehr umfangreich. Und zwar umfangreich in Bezug auf MIDI-Konnektivität beziehungsweise MIDI-Routing. Denn Akai Professional hat sich da nicht lumpen lassen und ein sehr komplexes MIDI-Routing mit eingefügt. Sodass man auch Studios mit einem riesigen Outboard oder Live-Setups, bei denen sehr, sehr, sehr viele Geräte mit involviert sind, komplett über dieses Gerät steuern kann. Oder auch über die MPC-X oder Live. Und das ohne großartige Probleme. Und ich erkläre euch davon ein bisschen was, aber vorher zeige ich euch vielleicht nochmal ein paar Workflow-Verbesserungen, die das Ganze automatisch auch mit sich gebracht hat. Nämlich zum Beispiel folgendes, was mich immer schon ein bisschen genervt oder geärgert hat, ist, dass ich auf den Track gehen muss, den ich spielen will, obwohl ich dafür eigentlich ein extra Keyboard habe. Denn wenn ich zum Beispiel ein E-Piano ausgewählt habe und zu Hause sage, okay, das ist aber wirklich immer nur mein E-Piano, da musste ich immer erst mal in den E-Piano-Track zurück und ein bisschen scrollen. Jetzt kann ich das Ganze so einstellen, dass ich durch die Tracks durchswitchen kann. Und ich spiele immer diesen Track 1 ein. Und ich zeige euch auch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt habe ich hier, und damit erkläre ich euch eigentlich schon das generelle MIDI-Routing, hier unter Preferences, also Einstellungen und MIDI-Sync, erst mal mein Gerät, das hier über USB angeschlossen ist, die APC Key 25 MIDI. Bei der kann ich Control jetzt auch ausschalten. Control schaltet man ein, wenn man MIDI Learn benutzen möchte. Das heißt, ab da sind quasi alle Parameter, die ich hier benutze, MIDI Learn fähig. Track schalte ich ein, wenn ich auf dem Track eben entsprechend was haben möchte. Und Master folgt immer dem Kanal, den ich ausgewählt habe, also zusätzlich. und mache das Ganze quasi zu einem MIDI-Master-Keyboard. Das sind die drei Einstellungsmöglichkeiten. Ich lasse das Ganze hier auf Track, aber da kann ich schon mal verwalten, welche MIDI-Geräte wo sind. Das Nächste, was ich einstelle, sind hier die Monitor-Settings. Und da kommt es dann jetzt auch schon direkt darauf an, dass man es richtig einstellt, wenn man das, was ich hier mache, eben machen möchte. Denn man kann den Monitor umschalten zwischen In, Auto, Merge und Off. Ich schalte das Ganze einfach auf Merge und kann somit quasi dieses MIDI-Keyboard auch dann benutzen, wenn ich nicht mehr auf dem Track bin. Ich habe außerdem hier auf der Seite auch noch die Möglichkeit, meine MIDI-Input-Ports zu wählen. Da kann ich jetzt die MPC auswählen und kann das Ding ausklammern. Ich kann eine Remote wählen. Ich weiß aber gar nicht, was die Remote ist hier dran. Ich glaube, wir haben gar keine. Das ist einfach nur ein MIDI-Programm, das vorinstalliert ist. Vermutlich. Man kann ja nicht alles wissen. So, aber da kann ich meine MIDI-Settings eben auch noch machen. Was ich aber hier auch noch zusätzlich machen kann, ist, ich kann mein MIDI weiterschicken. Und das wird jeden interessieren, der gerne layert. Und ich glaube, jeder Produzent layert eigentlich auch ganz gerne. Ich kann nämlich jetzt hier sagen, ich möchte dieses MIDI-Signal schicken zu Track 3. Davon muss ich einen Track 3 aufmachen natürlich. Mach ich mal eben. Hier, Track 3. Da mache ich jetzt mal einfach, machen wir da mal rein. Aber keine Keygroup, machen wir mal einen Baseline da rein. Äh, New Program. So. Jetzt gehe ich zurück zu Track 1 und stelle hier ein, das MIDI-Signal soll gesendet werden noch zusätzlich zu Track 3. Track 3. Man hört es jetzt vielleicht nicht mehr, weil der andere Synthie sehr laut ist. Aber ich bediene jetzt zusätzlich noch zu dem Electric Piano einen Bass. Beziehungsweise einen Synthie. Das machen wir mal wieder aus. Das ist ja nur hinderlich. Also, für das, was wir jetzt machen. Des Weiteren, und da wollte ich jetzt eigentlich auch gar keinen zu großen Aufwand betreiben, ich glaube auch, dass die Leute, die sich dafür interessieren, sehr, sehr krass darüber informiert haben werden oder sogar noch informieren werden. Ich habe die Möglichkeit, hier per USB bis zu 32 USB-Geräte anzuschließen und die dann entsprechend so einzustellen, dass ich jedem einen eigenen MIDI-Track zuordne. Da habe ich 16 Stück. Und dann kann ich zum Beispiel das auch so machen, dass ich 16 kleine Keyboards theoretisch habe, mit denen ich verschiedene Instrumente immer steuere. Das heißt, da muss ich gar nicht zwischen den Tracks switchen, sondern kann mich einfach durch meine Produktion durchjammen. Das funktioniert auch. Genauso kann ich auch solche Geräte wie hier, also externe Synthesizer oder Drum Synthesizer ansteuern und die wieder reinlupen. Ich kann, wenn die das erlauben, auch meine Geräte, also meine Keyboards, darauf MIDI mappen und dann Filter oder Ähnliches ansteuern, wie zum Beispiel bei einer Innovation Peak. Da ist das definitiv möglich. Also die Möglichkeiten sind ziemlich unbegrenzt. Das Einzige, was man dabei immer im Hinterkopf behalten muss, ist, je komplexer es wird, desto mehr kann natürlich auch schief gehen. Aber wenn ich mir ein großes Setup bauen möchte mit meinen acht, neun Geräten, dann ist das mit so einem Gerät wie der MPC One definitiv eine relativ einfache Sache. Des Weiteren, da möchte ich dann auch schon das Thema MIDI eigentlich hier abhaken, weil da findet man eigentlich kein Ende. Wie gesagt, extrem komplex, extrem groß. Aber des Weiteren sind auch noch folgende Workflow-Verbesserungen dazu gekommen. Man hat jetzt die Möglichkeit, Akkorde wie diesen hier oder diesen hier in Progressionen umzuwandeln. Die Nutzer von der MPC oder die bereits eine haben, die werden wissen, dass man Progressionen auswählen konnte und die dann auch benutzen konnte. Was sind Progressionen? Ich erkläre es vielleicht ganz schnell, also was das hier auf diesem Gerät für das Gerät bedeutet. Ich habe hier unter dem Notes-Modus einen Progression oder Progressions-Tab, bei dem ich mir hier entsprechend entsprechende Akkord-Sets aussuchen kann und mit denen dann entsprechend spielen kann. Man konnte sich bei einigen Leuten, wir haben online quasi solche Progression-Sets angeboten, die konnte man sich kaufen, konnte man dann auch installieren. Jetzt kann man sich die relativ einfach selbst machen, ohne großartigen Aufwand. Ich mache es einfach einmal vor. Dazu stelle ich mal die BPM ein bisschen runter. Machen wir mal hier irgendwie 85. Ich mache es mal ein kleines bisschen lauter, sonst hört man es vielleicht nicht. Das ist schon gut. So, achso, den Notes-Modus muss ich wieder ausmachen. Das ist auch neu. Der Notes-Modus bleibt da, außer ich schalte ihn aus. Also, wenn ich jetzt hier über Shift-16 Levels in den Notes-Modus gehe und Progressions einstelle und wieder ins Main-Menü gehe, man, ich kann endlich spielen und zocken, ohne dass ich das machen muss. Aber, das wollte ich gar nicht machen. Ich schalte die mal eben aus. Und jetzt nehmen wir mal die Akkorde auf, die wir haben. Die letzten Beine waren ein bisschen leiser, aber das können wir ja schnell einmal beheben. Gehen wir einfach in die Grid View, suchen nach unseren Übeltätern. Oh, da habe ich mich auch verspielt. Mal kleine Tasten. Und wir haben eine Chord-Progression. Diese Chord-Progression können wir relativ einfach jetzt umformen in eine Progression für die Pads. Also, das heißt, ich muss es nicht mehr so, wie ich es eingespielt habe, behalten, sondern kann es wie ein Sample behandeln. Und das mache ich einfach, indem ich hier auf den Stift gehe und hier unten steht dann Convert to Progression. Da drücke ich dann drauf und hier kann ich meine Progression 27, heißt das jetzt, den nennen sie mal einfach Freaky Thread. Das ist nicht wirklich freaky, sondern eher harmonisch, aber ich nenne es mal so. So, hier steht auch, was es ist. Es ist ein C Major 7, das heißt, das guckt er auch schon nach. Und dann drücke ich Do It. Und da haben wir sie. Wenn ich jetzt auf Shift Node gehe, unter meinen Progressions, dann finde ich hier ganz hinten, oder nee, weiter, weiter, natürlich ist es natürlich alphabetisch geordnet. immer schön durch die Akkorde gehen. Ich kann das auch noch. So, und damit kann man dann entsprechend spielen. Wenn wir jetzt also relativ schnell was basteln, dann gehen wir mal mit den Drums eben schnell einmal drüber. Das hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Ich vermute sogar, dass das ein ähnliches Tempo war. Deswegen gucken wir uns das doch mal an. Jetzt haben wir hier unsere Chord Progressions, die wir in verschiedenen Oktaven spielen können. Und wenn wir jetzt hier noch einen Drumloop dazu machen wollen, machen wir das doch einfach mal. Schnell irgendwie einen Drumloop, kurz noch irgendwie einen Bass eingespielt. Schon hat man ja irgendwas Plausibles. Ist ja immer schön, wenn man irgendein Ergebnis hat. Also gehen wir einfach mal in den Track 2. Da habe ich schon mal einen Drumloop drin. Ich starte hier einfach mal für das Metronom. Gefällt mir irgendwie. Nicht alles davon, aber auf jeden Fall ein Teil. Deswegen gehe ich jetzt, obwohl ich nicht aufgenommen habe, einmal auf Shift-Record und danach in unsere Grid-Edit und tadaa. Wir haben hier tatsächlich, ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es auf der Kamera auch gut sieht. Wir haben hier tatsächlich alles recordet. Das heißt, ich kann von den Sachen, die ich einfach so eingespielt habe, im Nachhinein jetzt profitieren. Die kann ich mir zurechtlupen und ich kann entsprechend gucken, dass ich damit weiter arbeite. Was extrem cool ist, weil ich bin jemand, der vier Finger drumpt und wenn man da beim Jam irgendeinen geilen Rhythmus rausfindet, den man sonst irgendwie nicht geschafft hätte oder bei dem man sich nicht so sicher ist, ob man den Ripp produzieren könnte, dann ist das auf jeden Fall die allerbeste Sache, die einem passieren kann. Nämlich, dass das Gerät das mit aufgezeichnet hat. Nachdem man das quasi recovered hat, einmal kurz quantisieren, ein bisschen nach links ziehen, so wie man das braucht, die Sachen rausnehmen, die man nicht will und man ist good to go. Man kann auch noch die Länge vom Loop einstellen, so wie man es braucht. Das war zum Beispiel nix. Da muss ich ein bisschen nachjustieren, aber auch das ist ja relativ einfach. Gucken wir mal, wo was ist. Das ist die letzten waren Offbeat. Ich bin halt ein miserabler Fingertammer. Drumloop haben wir. Gehen wir einmal kurz eine Runde weiter. in die dritte Geschichte. So, dann nehmen wir uns schnell das andere Plugin, gehen auf unseren Notes-Mode und haben da ja schon Freaky Fret. so, das spielen wir da einfach zu ein. Oh, hoppala, überlappt was. Auch das kann ich nachjustieren, relativ schnell. Einfach einmal nachgezogen, Edit End und jetzt sollte es nicht mehr da sein. Gehen noch einen weiter, holen noch schnell einen Bass dazu. Vorteil ist natürlich jetzt, dass ich genau weiß, in was für einer Scarlet ich spiele, obwohl ich überhaupt gar kein Native Player bin. Das Gerät hat mir ja gesagt, ich spiele in, ähm, gerade eben in, jetzt müssen wir auch noch mal nachgucken, in, äh, D-Minor. Quatsch, die Major 7. Ja. Und kann damit entsprechend dann auch arbeiten bei der Baseline und wieder im Notes-Modus entsprechend alles einstellen. Ähm, das mache ich mal off-camera und, äh, das hört ihr vielleicht im Abspann oder so, weil viel mehr habe ich zu dem Gerät jetzt gerade erstmal gar nicht mehr zu sagen. Ähm, es gibt allerdings noch viel mehr zu sagen und wenn euch das wirklich interessiert, dann gibt es sehr ausführliche Tutorial-Videos, die alle auch mittlerweile, zumindest zum Großzeit untertitelt sind, vom guten Andy Mack, ähm, in der MPC Academy. Oder ihr kommt einfach hier vorbei und fragt einen der sehr, sehr guten Berater vom Music Store. Äh, das Gerät steht hier, die Berater stehen da hinten und die können euch mit Sicherheit mit euren Fragen super weiterhelfen. Deswegen, gebt einen Daumen, gebt ein Abo und ich wünsche euch viel Spaß, auf diesem Kanal. Peace! und ich wünsche euch viel Spaß, Untertitelung des ZDF, 2020